Genug geschöpft für heute, ne? Ich mach mal Feierabend hier, ne? Hast du gespeichert? Hm? Hast du gespeichert? Ach, muss man das? Renate. Wir können mal die Fähre weg jetzt hier. Renate, ich glaube nicht, dass das jetzt... Ich bin immer, ich hab so vieles immer gemacht. Da ist es nicht. Einfach raus und echseln. Das ist weg. Es ist weg. Du hast es seit langem versinkt. Das ist aber auch eine Scheiß-Software, die du dir da wieder erst andrehen lassen. Es ist weg. Nicht nur mal Autosave. Du hast es versinkt. Ich hab den ganzen Tag an diesem Atlantis rumgeschöpft. Sag mal, wie kann denn ein Gott alleine so dämlich sein? Ja, ja. Ich hatte dir damals gleich gesagt, wir brauchen den Gott Creator Pro, aber nein.